Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Stella Sara. So, wir haben das jetzt nochmal hier stehen geblieben, nämlich haben wir da Fiona freigeschaltet. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal auf in den magischen Obstgarten, um mal den kompletten magischen Obstgarten ab, umzugucken, ob da irgendwo Tore sind. Ich hätte mir gerade auf, jetzt war ich gerade am Ladebild und das hat wahrscheinlich die Hälfte nicht mit aufgenommen. Was ich gerade gesagt habe, wir gucken jetzt mal hier, wir reiten uns mal durch den kompletten magischen Obstgarten und gucken mal, wo hier Tore für Fiona sind. Ich reite jetzt erstmal nach links, weil da ist nämlich auch noch ein Tor, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, was das für Fiona war. Ja! Äh, Jewel, da brauchen wir das nächste Pferd. Das heißt, wir können das nur im rechten Teil des Gartens probieren. Ja! Ja! Weil wir brauchen nämlich auch die Teile, die wir dem Pferd mit ihr freischalten können für das nächste. Für die nächsten Aufgaben, die wir dann wahrscheinlich morgen machen werden. Ähm, ja, hier wollte ich jetzt, da ist mir das auch schon mal frei. Aber hier wollte ich jetzt nicht unbedingt hin, weil das würde ich nämlich gerne zum Schluss machen. Also, ich kann mich nicht hin, weil ich da auch irgendwo eins sehe. So, ich muss das nochmal rein. So, ich muss das lange weg. Weil das ist... Gebiete hier sind echt riesig. Die sind wirklich verdammt, verdammt riesig und... So, das müsste jetzt eigentlich hier das letzte Tor gewesen sein. Sicher bin ich mir nicht, aber Mehrwege kenne ich hier gar nicht, ehrlich gesagt. Ah, nein! Dann reiten wir nämlich jetzt weiter. Ich glaube, ich täusche mich nicht. Da habe ich mich nämlich früher immer, immer sehr, sehr gerne verritten. Dass ich dann einfach anstatt erstmal suchen gegangen bin, erstmal... Ähm... Weil ich dann immer erst so gemacht habe und dann hatte ich den Salat, dass ich dann nicht durch die Links gekommen bin. Normalerweise reite ich, wenn ich, äh, fertig bin, hier lang. Aber da kommen wir noch nicht lang. Weil wir da, glaube ich, äh, Bella für brauchen. Anscheinend kannst du den Salat nicht überwinden. Genau, wir brauchen Bella dafür. Aber mit Fiona schadet man nämlich, äh, Strand frei. Und immer schön Karten einbinden. Jetzt habe ich die Karte auch noch verfehlt. Haha! Das ist auch cool. Ja, hier muss ich mal gucken, dass ich da nicht, ähm... Ja, hier muss ich noch kurz nach oben. Ach, Mann! Ne, wir brauchen sogar Thun dafür, um auf den wunderhübschen Regenbogen zu kommen. Oh, Mann! Hä, wie soll man denn die bekommen, wenn man da nicht hinreiten kann? Das ist ja ein bisschen blöd buggy gemacht. Na ja. Dann würde ich mal sagen, den reiten wir zurück jetzt. Weil hier haben wir nämlich jetzt nichts mehr zu entdecken, sage ich mal. Einen Strand runter kommen wir noch nicht und auch nicht nach oben auf den Regenbogen. Deswegen, deswegen würde ich mal sagen, auf zurück zum Obstgarten! Ja, das ist das Beste! Ja, dann würde ich sagen, reißen wir zurück, werden wir Fiona ein bisschen schrubben und ein bisschen sauber machen und füttern. Und dann würde ich mal sagen, wenn die Zeit noch reicht, würden wir noch eine Aufgabe machen. Und dann wird die Folge für heute auch schon wieder beendet. Schade, schade. Ah, ich denke mal, dass das Let's Play, das wird sich nicht so lange ziehen wie Wildlife Park oder Holocauster Tycoon, weil das sind ja wirklich richtig langatmige Projekte. Das würde nämlich auch das gleiche sein wie Sims 3. Das wäre nämlich auch so ein richtig langatmendes Projekt und das wäre, boah, viel zu lang. Geh da! Dein Pferd ist müde. Oh, dann gehen wir für Fiona doch jetzt mal versorgen. Wir haben einmal Dino erhalten, dann haben wir Viking, Melusin, Nana, Triton, Hestia und das war's. Haben wir irgendwie was mit den Kartensätzen gefunden? Und da möchte ich gerne immer wieder... Ja, die haben wir ja jetzt schon voll. Da haben wir nichts, da haben wir auch nichts. Wir haben hier schon Jonas. Auch schön. So, dann wollen wir uns mal auf die Pferdekoppel um Corona kümmern. Äh, erst mal futtern. Ich glaube, Fiona ist auch einer derjenigen, die, ähm, halt mehr Aufdauer hat als Excelsior, das ist klar. Aber die, die meiste Ausdauer sind natürlich auch am schnellsten, das ist natürlich Bella. Das ist schon ein Unterschied, wenn man gerade Bella geritten ist und von Bella auf, ähm, auf Excelsior umsteigt, sozusagen. Dann, das ist echt schon kein Zuckerschlecken mehr. So, dann einmal hier. Und dann kriegst du jetzt noch verschiedene Leckereien. Na komm, da ist. So, jetzt haben wir wieder eine vollständig einsatzbereite Fiona. Expertin des Pfades im magischen Obstgarten. Unterbieter eine Zeit von vier Minuten auf dem silbernen Obstgartenpfad. 100 Silber, äh, der Silberobstgartenpokal und 100 Kupfeisen. So. Mal sehen, ob du den Silberobstgartenpokal gewinnen kannst, wenn du im C bist, bevor dir die Zeit abgelaufen ist, bekommst du eine Belohnung. Das ist doch, ähm, herzlich. Vier Minuten haben wir Zeit. Ähm. Was ist das denn bitte für ein... Das ist ja mal mehr als blöd. Ist das auch blöd angeritten? Ich seh's schon. Ich werd nicht Expertin. Schade, schade, Schokolade. Aber es ist ja noch ein bisschen schneller als der Kette, hier. Ich schaue mal, weil ich eigentlich nicht mehr. Ja. Ja. Da hinten kommt mir nämlich auch nur in die Schule rein. Das war jetzt ein bisschen blöd. Das ist noch viel blöder. Wie hab ich das denn früher immer geschafft? So, die Hälfte der Zeit ist schon rum. Ich glaube, ich muss da wieder raus. Du hast die Zeit zu verboten an deiner Trophäe gewonnen. Du kannst sie dir in deinem Zimmer auf der Farm ansehen. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir jetzt... Signe. Ich hoffe, dass es so ausgesprochen wird. Was ich euch jetzt noch mal zeigen möchte, ist, die Pokale stehen hier. In der Magischen Uftgarten haben wir schon zwei Pokale. Da fehlt noch der dritte. Und der Weißwasserstrand und der Alte Wald noch. Und hier in der Kartensammlung haben wir jetzt auch... Da haben wir auch noch einige neue... Die Kartensätze, meine ich. Da haben wir jetzt den zweiten für Jewel erhalten. Und wir werden es fehlen noch zwei Karten, bis wir Jewel auch erhalten. So. Dann würde ich jetzt mal sagen, dann verabschiede ich mich hier an der Stelle von euch wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Und ja. Wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.